so wir sind live präsentiert von radio 21 wie immer zum 96 cv vorspiel begrüße ich euch vor der partie gegen hertha wsc wir haben besuch aus der hauptstadt aber das sind heute hier nicht unsere einzigen gäste lennart richtig wir haben sogar doppelten besuch kommen liebe 96 fans vor diesem fluglich kracher fast ausverkaufte heins von heiden arena und also von der qualität und quantität der gäste waren wir lange schon nicht mehr so nah dran denn wir haben heute einmal karin magie und cedric teuchert bei uns schön dass wir da haben wir fangen mal an aus gründen der aktualität wie geht's dir du bist heute leider nicht im kader kannst nicht spielen der obersten geld da zwickt so ein bisschen ja genau habe unter der woche alles probiert dass ich fit sein kann hat dann am ende dann leider nicht gereicht denn nichtsdestotrotz vertraue ich der mannschaft dass sie heute den heimsieg holt und dann wie gesagt nächste woche bereite ich mich nach vorne hofft dass ich wieder dabei bin schön und auch dabei heute karin wir haben gerade schon gehört du bist heute angekommen in hannover erzähl doch mal wie geht es dir wo bist du hergekommen was machst du hier schön dass alles erzähle alles lange nicht gesehen hat mir geht es gut also ich freue mich wieder in hannover zu sein nach langer zeit aber natürlich verfolge ich die Mannschaft die Mannschaft spielt superfußball dieses jahr freut mich und ich bin extra für dieses spiel gekommen weil es ist einfach interessant gegen eine alte erste ligisten und ja ich hoffe das wird ein schönes spiel und natürlich dass die drei punkte hier bleiben das hoffen wir natürlich alle und du hast ja natürlich auch ein spiel rausgesucht ja das ist schon eine sehr besondere kulisse ich glaube 45.000 werden heute erwartet ist auch für zweitliga verhältnisse extrem außergewöhnlich können wir auf jeden fall noch mal wieder danke sagen für diesen zuschauer zuspruch das ist also die ganze saison eigentlich ja schon extrem besonders wenn die kannst du natürlich noch besser kommentieren fühlt sich auf dem platz glaube ich auch alles andere als verkehrt an ja auf jeden fall ich glaube dass wir diese saison eine sehr sehr gute einheit mit den fans sind macht macht jeder woche spaß zu spielen die fans peitschen uns jede woche nach vorne und ich glaube auch an unseren leistungen sieht man dass wir zusammengewachsen sind und ich denke dass wir dafür verdienter da oben stehen ich habe hier ein paar fragen schon mal mitbekommen und zwar fragt bei instagram baron zelle karim deine einschätzung zu und marcel heisenberg ist ja schon auch ein positionsgenosse von mir natürlich ist eine erfahrene spieler sehr erfahrene spiele hatten top leistungen leipzig immer gezeigt und ich glaube das ist eine wertvoll für hannover als halloveraner wieder diese mentalität diese auch aggressivität auch super einstellung also für mich ist das eine top transfer für hannover und für dieses jahr dieses jahr auch für die zukunft und ich bin mir sicher dass er auch innerhalb der mannschaft auch in die kabine definitiv definitiv auch schon du stammst aus dieser sehr besonderen mannschaft von hannover 96 über die auch immer wieder geredet wird es finden ja lennart weiß dass er die weiß es auch es finden natürlich auch immer noch immer wieder vergleiche stadt mit der europa league truppe von 2011 bis 2013 weil das eben auch eine besondere truppe war weil wir natürlich uns auch gerne an diese zeit erinnern wie gerne erinnerst du dich und hast du doch kontakt zu den jungs von damals das ist persönlich das war eine für mich die beste zeit in meiner karriere wir haben wirklich eine top mannschaft also erst mal menschlich gehabt denn sportlich hat auch gut funktioniert natürlich mit voller kulissen auch so spiel wie sie gegen sie wieder gegen madrid in kopenhagen in dortmund zu hause münchen zweimal hintereinander auch die münchen geschlagen zu hause das war natürlich mit ribery und und robben das war natürlich für uns als highlight aber ich glaube ja das war eine andere zeit das war eine schöne zeit aber heute ist verein muss nach vorne schauen es gibt ein super team auch gute spieler dabei und natürlich die sind auch das muss auch in der zukunft vielleicht ein paar jahre auch der ziel sein ich glaube alles verein und alles stadt kann hofer hat auch alle möglichkeiten wieder da zu sein und du sagst es schon heute eine gute truppe eine gute mannschaft dabei ist er die du heute leider nicht auf dem platz aber du hast ja eine verbindung zu berlin allerdings zu dem anderen klub du hast selber bei union gespielt ist es obwohl heute leider nicht dabei sein kann es ist trotzdem besonderes spiel für dich und was wird heute wichtig sein was zeichnet die berliner aus natürlich ist so ein stück speziell für mich in berlin glaube ich hat sich einiges gewendet die letzten jahre waren die hätte vielleicht ein stück vor union aber ich glaube union hat sich hat sich darauf gekämpft ist jetzt ein stück vor vor hertha und ja ich glaube hertha einen großen umbruch ist abgestiegen musste sich erst mal finden viele neue spiele bekommen aber ich glaube da wächst auch langsam was zusammen sehr sehr viele erfahrungen aus der ersten liga und ich glaube wenn wir wenn wir heute bei uns am spiel bleiben die zweikämpfe annehmen und vorne wie in jedem spiel gefährlich bleiben dann glaube ich bleiben die drei punkte auf jeden fall hier das würde mir glaube ich alles unterschreiben du warst natürlich trotzdem unter der woche jetzt auch in der kabine wie ist denn die stimmung bei den jungs wie sind die jungs drauf ist der stimmung ist seit wochen sehr sehr gut macht extrem viel spaß mit den jungs zu arbeiten auch wenn jetzt nicht dabei bin aber ich glaube unter der woche war auch eine positive anspannung jeder wusste dass das start und wieder voll sein wird top spielcharakter und ich glaube mit den fernrücken wie vorhin schon gesagt habe sind wir eine einheit und sind mindestens ein mal mehr auf dem platz wir gucken mal wer ist denn überhaupt auf dem platz ist die aufstellung ist da zufällig habe ich die aufstellung sagt schreite zur tat und ich schalte raus an unseren außenreporter die außenwette heute mit lennart westphal ja ich würde mich mal weit aus dem fenster hängen und wetten dass im tor unsere nummer eins steht ron roberts damals nummer eins übrigens auch als karim noch auf dem platz stand damals auch schon besonderer torhüter aber noch noch wesentlich ich erinnere mich erinnere mich als er sein erstes spiel in frankfurt war überraschend alle mannschaft weil wir haben das erfahren ja in der nacht vor dem spiel aber natürlich danach hat er eine super leistung für mich der top charakter auch so eine erfahrene ist eigentlich der meister so ist einfach sind wir alle nicht das stimmt eigentlich geht es weiter auf der playstation vielleicht auf der playstation vielleicht Juti wir haben ich auch da nicht aber das ist eine andere Geschichte kannst du das lernen heute im Stadionprogramm eFootball vielleicht mal genauer hingucken oder wenigstens richtig so wir haben eine Dreierkette ja natürlich wie immer schieß los und zwar Phil Halbke und Bright oder anders formuliert keine Überraschung keine Überraschung auch auf den Flügeln Doppel 6 sehr sehr unspektakulär wie wir es moderieren aber kein Problem Heki da musst du mir jetzt ein bisschen Feuer reinbringen ich bin hier dafür zuständig dass es an der Wand steht die beiden auf der Doppel 6 sind dafür da Feuer reinzubringen und zwar und das sind diesmal Enzo Leopold und Fabian Kunze und dann hätte ich noch drei weitere Kandidaten für dich die du gerne frei sortieren kannst und zwar Louis, Howie und Nicolo tja dann gucken wir einfach mal wir können es ja immer nur wiederholen wir können natürlich nur mutmaßen weil wer weiß vielleicht guckt auch Kollege Dardai man hört aber er schaut regelmäßig Videos bei den nächsten 96 TV da wollen wir natürlich nichts verraten deswegen mach ich es einfach mal in der Reihenfolge wie du es gerade gesagt hast stellen wir mal Louis, Howie nach rechts in die Mitte nehmen wir Auri Nielsen und auf der linken Seite er soll die das ist ja die Off-Reserver-Schein aber ich glaub Dardai soll er der Tiktok durch ja das kannst du haben haben wir auch gehört aber naja wen haben wir denn noch dabei Heki auf der Bank wir haben Leo Weinkauf Sebi Ernst Max Christiansen Modamar Selmo Roja Toni Foti Andres Vogelsamer Yannick Loes und Christopher Skolli-Scotch sehr schön und bevor wir zur zum Ergebnis-Tipp kommen zur Ergebnis-Tipp-Runde ihr wisst das über 96 haben wir noch eine Frage an Karin jetzt haben wir ganz viel über Fußball gesprochen wie es war wie es jetzt bei 96 ist wie ist es denn jetzt bei dir was treibst du denn aktuell wenn du nicht gerade in Hannover bist ja ich bin wie gesagt ich bin in Chinesien momentan ich habe vor kurzem eine B-Lizenz bekommen und immer noch im Fußballbereich also auch als Fußballexperte bei arabischen Fans auch beim WM in Katar und auch im Afrika Cup ja und natürlich gucke ich gerne jedes Wochenende Bundesliga und sonst auch privat auch im Geschäft unterwegs also das brauchen wir auch nichts zu sagen aber immer bin ich nach Fußball immer gucke ich Fußball und ich habe ein großes Interesse natürlich 1. Bundesliga und 2. Bundesliga zu schauen ja und heute bin ich live dabei sehr schön und wir freuen uns sehr dass du live dabei bist ja absolut kann man nichts anderes sagen machen wir unsere Tipprunde oder und wir starten natürlich wie gewohnt nicht bei einem von uns sondern hinter der Kamera Kira wie geht es denn aus heute? ich tippe Halt an 2 zu 1 würde ich gut gehen Christopher? ich erhöhe auf 3 zu 1 na klar wer bittet mehr? Ferdi ich glaube es wird ein knappes 1 zu 0 Punkt zu 0 Spiel 1 zu 0 ich werde auch wieder sagen ist der beste Sieg zu 0 zu spielen und 1 zu vorne machen dann hast du drei Punkte ist nicht so gut fürs Herz am Ende das gehört dazu das gehört dazu ich gehe ja ich gehe auch auf ein 2 zu 1 nicht 1 zu 0 aber 2 zu 1 also ich würde mir ich würde mir die 0 auch wünschen auch für unsere Protagonisten da aber ich glaube es wird auch nicht gut fürs Herz aber trotzdem hervorragend für Hannover 96 3 zu 2 wäre mein Tipp an diesen heutigen das ist auch nicht schlecht das ist auch nicht schlecht dann kann man ab und zu mal die Tormusik anschmeißen bisschen gefühlser verbannt schadet nicht wenn es am Schluss gut ausgeht machen wir es zu oder? machen wir es zu liebe 96 Fans auf dem Heimsieg so sieht es nämlich aus vielen Dank an euch vielen Dank an dich vielen Dank an euch fürs Zusehen für Karin übrigens nächstes Mal einmal sind wir noch live mit dem Vorspiel nächstes Mal auch spannend dann kommt Lars Stindl hier zu uns ins Stadion dann ist der KSC zu Gast in 2 Wochen jetzt aber erstmal Herder BSC auf einen schönen Fußballabend für uns alle tschau tschau machts gut